Aber ich bin noch Bundeskanzlerin dafür, dass ich das, was auf unser Land zukommt, löse mit anderen zusammen und den besten Weg, also sozusagen die ureigensten Interessen Deutschlands vertrete. Und ich denke hin und her und ich habe wahrscheinlich überhaupt noch nicht so viel nachgedacht wie über diese Frage. Ich weiß ja auch, wie es in den Kommunen aussieht. Ich weiß, wie es in Landkreisen aussieht. Ich weiß, wie viele Menschen Überstunden gemacht haben, was die Polizisten leisten, die jetzt auch hunderte, tausende, hunderttausende Überstunden haben. All das ist mir bewusst und trotzdem, glaube ich, können wir aus dieser Herausforderung stärker herauskommen, als wir in sie hineingegangen sind, inklusive Europa. Und das ist die Mühe wert. Was müsste passieren, dass Sie sagen, nee, ich sehe es nicht mehr, ich steuere um. Ich sehe nichts, was das hervorrufen könnte, weil das alles gut durchdacht ist und ja auch logisch. Es zweifelt ja auch an dieser Logik keiner. Und so wie Europa ein Projekt von Brückenbauern ist, von Brücken, die damals nach dem Zweiten Weltkrieg haben, Erbfeinde, wie man das genannt hat, Deutschland und Frankreich zueinander gefunden. Und jetzt müssen wir Brücken bauen und um die Menschen kümmern, die in Not sind. Noch ein Zitat von Ihnen vom Mittwoch letzter Woche. Vielleicht können wir das auch einblenden. Da sagen Sie zur Regierungserklärung der Kanzlerin, die Regierungserklärung der Kanzlerin ist Ausdruck grenzenloser Arroganz und Regierungsunfähigkeit und erinnert fatal an das Verhalten des veralteten ZK der SED im Jahr 1989. Warum vergleichen Sie das Verhalten der Kanzlerin mit der SED-Diktatur? Nun, weil Frau Merkel genau das Gegenteil vor dem tut, was sie tun müsste, Verantwortung für dieses Land in dieser Migrationskrise in einem europäischen Kontext zu übernehmen. Und das, obwohl europäische Partner nicht erst seit kurzem, seit langem darauf hinweisen, dass die deutsche Regierung hier eine völlig isolierte Politik betreibt. Das ist meiner Ansicht nach verantwortungslos, gerade wenn man immer darauf abzielt, dass Deutschland im europäischen Kontext handeln soll. Und das ist nicht nur mein Eindruck, das ist der Eindruck vieler Bürger. Wollen Sie damit ausdrücken, dass die Herrschaft von Frau Merkel vergleichbar mit einer Diktatur ist? Nein, Sie haben hier nun gerade das Zitat vorgelesen. Ich habe gesagt, Ihre Handlungsweise mutet so an, nämlich erstarrt in einer politischen Strategie, die selbst ihr weiteres Umfeld nicht mehr nachvollziehen kann, in dem sie selbst und inzwischen von Frau Klöckner, ihrer Wahlkämpferin und von Herrn Wolf offenbar nicht mehr verstanden wird. Es ist die bloße Disziplin, die offenbar die CDU an der Stelle noch zusammenhält. Frau Merkel steht allein mit ihrer Politik und das ist in der Tat fatal fürs Land, weil Land auf, Land ab und vor allen Dingen auch außerhalb Deutschlands diese Politik von niemandem mehr verstanden wird und die Deutschland nicht nützen wird. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, man kann doch nicht immer zwei Sachen machen. Man sagt, also ich kämpfe jetzt mal darum, dass ich das und das schaffe, aber im Hinterkopf habe ich schon wahrscheinlich, schaffe ich es nicht, also mache ich das andere. Die anderen machen es so, ne? Ja, kann sein. Ist aber nicht besonders erfolgsversprechend und ich glaube, dass ich Deutschland, ich habe ja mal gesagt, ich möchte Deutschland dienen, ich glaube, dass ich Deutschland diene, wenn ich es anders mache, wenn ich mich mit vollem Einsatz in diese Sache hineinbringe und ich habe dafür auch viele Unterstützer, das freut mich auch. Schließen Sie aus, dass Sie in der Not, weil die anderen nicht mitgezogen sind und festhalten an Ihren Grenzschließungsmaßnahmen, an Ihren nationalen Lösungen, dass Sie als deutsche Bundeskanzlerin auch eine nationale Lösung treffen? Ich bin sehr optimistisch, dass uns der europäische Weg gelingt und wie gesagt, es ist überhaupt nicht die Zeit, über Alternativen nachzudenken. Schließen Sie aus, dass es eine nationale Lösung wirklich gibt oder haben Sie diesen Plan B auch? Nein, ich habe ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Ich arbeite für einen anderen. Das Problem, das wir bewältigen müssen, ist festzustellen, wer berechtigt nach Deutschland einreisen darf und wer es nicht tut. Und deswegen hilft es auch nicht, immer wieder nur von den Flüchtlingen zu reden, sondern wir müssen einfach uns eingestehen, dass wir gar kein Problem hätten, die Bürgerkriegsflüchtlinge und die politisch Verfolgten unterzubringen, wenn wir konsequent Recht und Gesetz anwenden und dafür sorgen, dass die circa 70 Prozent, die eben nicht unter die Kategorie fallen, abgeschoben werden. Das ist die Wahrheit. Es muss Rechtsstaatlichkeit herrschen. Wenn wir von unseren Bürgern erwarten, dass sich ein Recht und Gesetz halten, muss das für die Anwendung von Recht und Gesetz im Asylbereich genauso gelten. Für ein Versagen des Staates auch, weil es an der Stelle der Staat seiner Schutzfunktion der hier lebenden Menschen nicht nachkommen konnte. Das hat viele Menschen sehr erschrocken, die dann begannen, sich Pfefferspray zu kaufen oder einen kleinen Waffenschein oder sowas zuzulegen. Das ist verheerend, dass sich Menschen jetzt, auch die Kölner, unsicher fühlen. Wenn man aber gar nicht weiß, wie viele Menschen dann noch neu dazukommen werden, was lässt Sie dann daran festhalten, dass wir es schafften, die alle aufzunehmen und sie auch zu integrieren, ohne zu wissen, wer kommt, das hat das ja auch gezeigt, wer ganz genau kommt, und wie viele es sein werden, weil Sie uns ja nicht versprechen wollen, dass es nur eine begrenzte Zahl ist. Naja, wir arbeiten daran, das habe ich immer wieder gesagt, nicht nur zu ordnen und zu steuern, sondern auch die Zahl der in diesem Jahr zu uns kommenden Flüchtlinge spürbar gegenüber dem vergangenen Jahr zu reduzieren. Auf welche Zahl? Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil wir das nicht genau vorhersagen können und deshalb bin ich auch gegen eine starre Obergrenze. Aber warum krampfen Sie da so rum, wenn man doch aus allem, was Sie sagen, heraushören kann, okay, eine Grenze wird sein 1,1 Millionen, denn sonst müssten wir nicht reduzieren. Interessanterweise haben Sie die Frage auch nicht beantwortet, wie viele Personen Deutschland aufnehmen soll. 1,1 Millionen, 1,5 Millionen, 4,5 Millionen. Und über wie viele Jahre soll sich der Trend denn fortsetzen? Wie viele Millionen Menschen sind auf der Welt auf der Flucht, was fürchterlich ist? Und wie viel davon kann Europa tatsächlich helfen? Und in der Tat können wir nicht allen Personen in Europa helfen. Die Lösungen müssen heimatnah gefunden werden. Das haben Sie im Übrigen auch bestätigt. Insofern kann die Frage gar nicht lauten, wie viele wollen wir in letzter Konsequenz aufnehmen? Wir können bei Weitem nicht alle aufnehmen. Dann sagen Sie doch bitte schön den Leuten vor Ort, die neben Asylbewerberheimen wohnen, die vor Ort sehen, dass es massive Integrationsprobleme gibt, bei sprachlichen Problemen angefangen. Fragen Sie bitte Frau Nahles, die gesagt hat, 90 Prozent der Asylbewerber sind nicht in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren. Sagen Sie den Leuten, wie Sie mit Problemen zwischen dem Staatsverständnis eines Islam und der christlichen aufgeklärten Gesellschaft umgehen. Sagen Sie ihnen das und zeigen Sie doch, welches Konzept Sie haben. Ich kann es bei Ihnen, ich bin gleich fertig, überhaupt nicht erkennen, außer dass Sie sagen, es muss Solidarität geben, die hat Deutschland in den letzten Monaten in einem hohen Maße bewiesen. Zu sagen, dass die Flüchtlingsströme erst im Sommer kamen und erst dann der Hass und die Gewalt, beziehungsweise die Ausschreitung, es war schon lange genug absehbar, dass die Zahlen steigen würden. Und die Leute gehen in Dresden und auch anderswo seit einem Jahr auf die Straße. Richtig ist, dass die Regierung viel zu lange eben nicht reagiert hat. Und dass eine offene Diskussion nicht stattgefunden hat. Sie findet immer noch nicht in der Weise statt, in dem die Kanzlerin sagt, wie sie es schaffen will. Das wäre aber ihre Aufgabe. Nein, das tut sie nicht. Nein, das tut sie nicht. Denn sonst müsste sie zugeben, dass es die Obergrenze geben muss. Und davon redet sie immer noch nicht. Die habe Deutschland gespalten. Lasten Sie sich es auch an. Deutschland gespalten zu haben. Lasten Sie sich das an. Ich lasse mir das, nein, ich lasse mir das nicht an, sondern ich sage ganz einfach, das ist eine Zeit und eine Herausforderung. Die habe ich mir nicht ausgesucht. Und darüber gibt es Kontroversen in unserer Gesellschaft. Darauf sind viele nicht vorbereitet gewesen. Da fragen sich viele, wie reagieren wir darauf. Sie tun geradezu so, als sei das Problem wie eine Wetterwolke über Sie gekommen. Stattdessen ist es aber richtig, dass dieses Problem seit Jahren absehbar war. Weil Sie nicht nur auf nationaler... Wieso das? Wir hatten vor drei Jahren 40.000 Flüchtlinge im Land. Ja, und durch die Gesetzesänderung war absehbar, es ist gewarnt worden davor, dass die Flüchtlingsströme ansteigen werden. Die Kanzlerin hatte es schlichtweg über Jahre, über Monate mindestens ignoriert. Und jetzt tun sie so, als müssten sie mit einem Problem umgehen, das sie nicht vorhersehen konnten. Regieren heißt auch vorausschauend handeln. Das haben sie nicht getan. Nur auf der Regierung der Welt voraus. Das haben sie nicht getan. Sie haben nicht vorausschauend gehandelt. Jetzt müssen wir gemeinsam einpacken. Aber jetzt so zu tun, als würden diejenigen, die davor schon, wie wir zum Beispiel 2013 gewarnt haben, als wir gefordert haben, wir brauchen eine klare Abgrenzung von Asyl und Einwanderung, zu den Zünderern zu machen. Das tun wir auch seit Jahren. Ich sage das seit Jahren. Das scheint Frau Merkel Ihnen aber nicht zuzuhören. Dann tun Sie mir echt leid. Frau Merkel hat dem Mädchen Rehm unterschelte der gesamten deutschen Öffentlichkeit. Wie kann eine Kanzlerin so herzlos sein? Erklärt, es wird nicht jeder bleiben können. Die Frage, dass Asyl und Einwanderung zweierlei ist. Das ist ein Sachargument. Aber es gibt die Aussage von ihr, dass alle reinkommen dürfen. Nein, es gibt diese Aussage nicht, dass alle reinkommen können. Wirkt im Verhältnis dazu Ihr Satz und auch Ihr Versprechen, wir schafften das allzu zuversichtlich, nicht zu Ende gedacht und wenn man böse mit Ihnen wäre, naiv? Nein, ich glaube gerade im Gegenteil. Ich glaube, dass der Satz umso wichtiger ist, weil er eine Richtung vorgibt. Ja, das gibt es alles. Da haben Sie vollkommen recht. Und das entlädt sich jetzt auch. Das traut sich auch, nach außen zu dringen, angesichts von Problemen, die noch nicht gelöst sind. Was nun leider aber auch in den Hintergrund etwas tritt, sind die vielen, vielen, die nach wie vor für Flüchtlinge da sind, die ehrenamtlich tätig sind, die hauptamtlich tätig sind. Und denen sage ich, ja, es ist ein schwieriger Weg. Es ist nicht einfach. Es geht um Deutschland. Es geht um Europa. Es geht um unser Ansehen, um unser Auftreten in der Welt angesichts von Bürgerkriegen und Terror. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Phase unserer Geschichte. Und deshalb danke ich denen ganz besonders. Herr Merkel muss weg! Herr Merkel muss weg! Das reicht ja aber allein nicht. Frau Merkel ist es ja alleine nicht. Obwohl es sicherlich hilfreich wäre und Frau Merkel erkennt, dass ihre Art der Politik gescheitert ist und sie eben nicht verkündet, was sie ja getan hat, dass Deutschland wohl nicht mehr ihr Land sei, wenn wir nicht weiter in der gleichen Art und Weise verfahren wie bisher. Damit hat Frau Merkel wiederholt zum Rechtsbruch aufgerufen, genauso wie sie es getan hat, als sie beschlossen hat, an der ungarisch-österreichischen Grenze dafür zu sorgen, dass die Grenzen ohne Kontrolle geöffnet werden. Und das ist eben nicht, meine Damen und Herren, vergleichbar mit der Situation 1989 in Prag oder Budapest oder gar, wie uns manche weismachen wollen, mit der Fluchtbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg innerhalb Deutschlands. Das ist eine völlig andere Situation heute. 81 Prozent der Deutschen sind laut ARD Deutschland-Trend von Anfang Februar der Meinung, die Bundesregierung habe die Flüchtlingssituation nicht im Griff. Ich weiß nicht, ob ich das richtig interpretiere, wenn gefragt wird, haben sie das im Griff oder nicht. Und 81 Prozent sagen, sie hätten es nicht im Griff. Ich interpretiere es so, dass es ihnen in all den Monaten nicht gelungen ist, den Menschen zu vermitteln. Sie hätten einen wirklich funktionierenden Plan, wie sie auf die vielen, vielen Menschen, die zu uns kommen, von denen wir gar nicht wissen, wie viele es noch sein werden, zu integrieren, mit ihnen umzugehen, sie erst mal auch aufzunehmen. Die Umfrage stammt von Anfang Februar, habe ich Ihnen gesagt, wussten Sie auch, weil Sie sie ganz offensichtlich auch selber sich angeschaut haben. Sie ist entstanden unter dem Eindruck dessen, was in Köln passiert ist. Das haben Sie ja eben auch angesprochen. Und diese Ereignisse von Köln stehen ja auch für das, dass sich Menschen, junge Frauen, nicht mehr geschützt fühlten. Silvester in Köln. Einerseits die Nacht, in der sich die Bürger vom Staat plötzlich alleingelassen fühlten. Wir haben keine deutschen Menschen mehr gesehen, nur ein paar verzweifelte kleine Gruppen, also Mädchen wie uns halt. Wir waren wirklich umzingelt von 50 Männern oder noch mehr, die uns von allen Seiten an gegrabschten. Und in dem Moment steigt die Panik in einem auf. An dem Abend war die Polizei für uns gar nicht präsent und die Sicherheit hat für uns deutschen Frauen an dem Abend einfach nicht existiert. Und andererseits die Silvesternacht als Zäsur. Durch sie hat sich der Blick der Deutschen auf Flüchtlinge verändert. Die Soziologin Netschla Kellek, ehemaliges Mitglied der Islamkonferenz, stellte danach fest. Das Problem ist nämlich, dass bisher bei aller Bereitschaft und Willkommenskultur sich kaum jemand darüber Gedanken gemacht hat, wer denn da massenhaft ins Land kommt. Hat Köln bei Ihnen was Ähnliches ausgelöst, dass Sie sich Gedanken gemacht haben, wer da massenhaft ins Land kommt? Also diese Gedanken habe ich mir schon vorher gemacht. Und ich glaube, in der aktuellen Situation geht es darum, dass wir einen Staatsversagen auf mehreren Ebenen erleben. Unsere Bundesregierung ist nicht mehr in der Lage, Recht und Gesetz durchzusetzen. Die Polizei hat nicht ausreichend Kräfte, um gleichermaßen gegen Tageskriminalität vorzugehen, um Flüchtlings- oder Asylbewerberheime zu schützen. Und wir haben gar nicht genug Kapazitäten, um Grenzen zu schützen. Ist das das Motiv für den Hass? Es geht ja gar nicht primär um den Hass. Es geht darum, dass wir Sorge haben müssen, dass unser Rechtsstaat nicht mehr funktioniert. Bürger merken das. Sie merken das im täglichen Leben. Nicht nur, wenn die Polizei nicht ausreichend schnell vorbeikommen kann. Es wird ja auch inzwischen bekannt, wie sehr alle Behörden auf allen Ebenen, in Bundesländern, in Kommunen, mit der aktuellen Situation überfordern. Wir diskutieren aber seit Monaten nur über Hass, also über die Symptome. Wir müssen etwas an der Situation ändern. Und da ist die Bundesregierung gefragt und sie tut nicht, was sie tun müsste. Wenn Sie jetzt Hass das Symptom nennen. Und ich muss mich doch fragen, was ist nachhaltig richtig für Deutschland? Und da glaube ich, Europa zusammenzuhalten und auch Humanität zu zeigen. Das ist wichtig. Aber Sie müssen sich sicherlich auch fragen, was richtet es an? Was macht es mit unserer Gesellschaft? Deshalb bin ich so eingestiegen. Sowieso will ich in der Sendung beide Teile mehr anschauen. Deutschland gespalten, in Europa isoliert. Deshalb gestatten Sie mir, dass ich zunächst mal in Deutschland bleibe. Und ich nehme noch einen zweiten Satz auf, den Herr Stoiber auch im selben Spiegelgespräch gesagt hat. Er hat gesagt, es beginne etwas zu zerbrechen an innerer Gemeinsamkeit. Und der Präsident des Bundesverfassungsschutzes, des Verfassungsschutzes, hat diese Woche auch gesagt, wo dieses zerbricht, nämlich in der Mitte der Gesellschaft. Wir sehen Menschen, die bis vor kurzem vielleicht politisch indifferent waren oder Parteien wie CDU, SPD oder Linke wählten, als Demonstranten vor Asylbewerberheimen. Wir stellen in Teilen eine Radikalisierung dieser Menschen fest. Eine zunehmende Bereitschaft, Straftaten gegen Asylunterkünfte zu begehen oder beifällig daneben zu stehen. Durch diese Erosion verwischt die Grenze zwischen rechtsextremistischer Szene und bürgerlichem Spektrum. Wenn es so ist, Frau Merkel, wie Maaßen analysiert, schlittert Deutschland dann, wenn es nicht sehr aufpasst oder wenn Sie nicht sehr auf dieses Deutschland aufpassen, wegen der Asyldebatte in ein zweites Weimar? Das gleich vorneweg zu sagen, das glaube ich nicht. Aber das, was er beschreibt, Herr Maaßen, das ist eine Momentaufnahme, die müssen wir ernst nehmen. Aber das ist ja nicht meine Aufgabe. Wenn Sie jetzt hören, das ist das bürgerliche Spektrum, es ist die Mitte der Gesellschaft, es sind diejenigen, die CDU, SPD und Linke gewählt haben, so analysiert ja Herr Maaßen. Sie sehen sich nicht aufgefordert, denen zu sagen, okay, ich habe verstanden, ich steuere um. Nein, weil ich zutiefst überzeugt bin, dass der Weg, den ich eingeschlagen habe, der richtige ist. Hören Sie auf Veranstaltungen nie und berichtet Ihnen auch niemand, dass dieser Satz fällt, für die macht ihr alles, für uns macht ihr nichts. Weil Sie auch wissen ganz bestimmt, wie viele Kommunen auch sagen, eigentlich würde ich die Turnhalle irgendwann auch gerne mal wieder zum Sporttreiben hergeben. Aber stattdessen sind da jetzt Flüchtlinge drin, bei aller Willkommenskultur, bei allem. Hätte ich gerne die Perspektive, dass ich wüsste, da wird irgendwas ausgeglichen. Außerdem kommen so, so, so viele Menschen hierher, dass man schon vielleicht auch auf den Gedanken kommen könne, wenn man damit jetzt nichts macht, dann macht sich die CDU mitschuldig an der Radikalisierung im Land. Ja, ich finde, da sollte man sehr vorsichtig sein, sich jetzt gegenseitig die Schuld zuzuschieben. Wie Sie wissen, debattieren wir im Landtag über die Asylproblematik jedes Mal, wenn es eine Plenumssitzung gibt. Wir haben das auch in der Vergangenen wiedergetan. Und ich habe den Wirtschaftsminister gefragt, der davon sprach, wie wichtig es ist, dass Deutschland und Sachsen sich verändert und dass wir der Veränderung auch gar nicht ausweichen können. Ich habe ihn gefragt, wo bleibt denn sein Konzept für diejenigen unter den Flüchtlingen, Asylbewerbern, die am Ende doch hierbleiben werden. Denn eines müssen wir uns auch klar machen, sie werden nicht alle in ihre Heimatländer zurückkehren, auch wenn wir dafür sorgen müssen, dass die Abschiebungen vernünftig funktionieren. Das müssen wir schon deswegen, wir müssen schon deswegen dafür sorgen, meine Damen und Herren, weil das, was wir in den Aufnahmeeinrichtungen in Deutschland aktuell erleben, Privatsphäre, die nur noch mit einem rot-weißen Absperrband gewährleistet wird, völlig überfüllte Turnhallen, geräumte Schulen, wie ich heute gelesen habe, es ist mit Eskalation zu rechnen. Fragen Sie Mitarbeiter aus Asylbehörden, die wissen nicht mehr, wie sie dieser Situation Herr werden sollen. Und dann reden wir schon lange nicht mehr davon, dass alle diese Asylbewerber gleich Deutschkurse machen können. Davon kann schon lange keine Rede mehr sein. Kriegen Sie dafür im Moment die Quittung, weil man Ihnen eben nicht folgt? Sie haben ja gerade bezeichnet, was Sie richtiger gefunden hätten, wie Europa vorgegangen wäre. Aber die anderen europäischen Staaten haben sich anders entschieden. Also erstmal glaube ich, dass das in der Nacht ein, man kann es auch als humanitären Imperativ nennen, war. Zweitens war es aber auch in dem Gesamtkontext gar nicht so etwas Besonderes. Das habe ich ja schon mal versucht darzulegen. Im September sind am Tag vorher mit den Fahrkarten, die Viktor Orban hat die Flüchtlinge kaufen lassen, Sonderzüge nach Deutschland gekommen. Und plötzlich hat er die Menschen mit Fahrkarten nicht mehr in die Züge gelassen. Sie haben sich persönlich auf den Weg gemacht. Und auch danach haben wir ja noch viele Flüchtlinge aufgenommen, die auch einfach kamen und die im Übrigen schon alle auf dem Wege nach Europa waren. Und deshalb war das richtig und heute sind wir weiter. Wenn wir also, und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, darüber sprechen, wie wir die Asylkrise, die Migrationskrise lösen, dann muss als allererstes ein deutscher Alleingang gerade in Form der Sozialgesetzgebung aufhören. Denn wir können mit der Sozialgesetzgebung keine Einwanderungsgesetze ersetzen. Das haben Sie selbst gerade bestätigt. Und dass wir es nicht geschafft haben, ist nur ein Zeichen gescheiterter Politik. Insofern müssen wir als allererstes feststellen, dass ein Großteil derer, die nach Europa kommen, keine Flüchtlinge und keine Asylbewerber oder berechtigte Asylanten sind, sondern viele von ihnen sind Wirtschaftsmigranten, die nicht über das Asylrecht einwandern können. Das ist die erste Unterscheidung, die wir treffen müssen. Zweitens müssen wir wieder für rechtsstaatlich Verfahren sorgen. Das BAMF selbst mit seinem Chef hat letztes Jahr konstatiert, dass dies in Deutschland nicht mehr möglich ist. Das heißt, ein substanzieller Teil, das ist auch aus Bayern zu hören gewesen, wenn es auch nicht durchgesetzt wird, muss abgeschoben werden. Wir müssen natürlich in den Herkunftsländern über Entwicklungshilfe für eine Stabilisierung der Verhältnisse sorgen. Dazu muss auch die NATO eine andere Politik machen und nicht vor Ort in Konflikte letztlich undifferenziert eingreifen und für weitere Flüchtlingsströme sorgen. Und sicherlich ist auch richtig, dass wir sichere Staaten der Peripherie von Krisenstaaten finanziell unterstützen müssen, damit Flüchtlinge dort unterstützt werden können. Dass sie jetzt so tun, als hätten Flüchtlinge, Asylbewerber in einigen europäischen Nachbarstaaten kein Essen. Das gehört wohl in den Bereich der Dramatik, den wir uns nicht geben müssen. Wir haben genug Berichte selbst aus der Türkei, wo Flüchtlinge, Asylbewerber ganz klar zugeben, dass sie nicht an Leib und Leben bedroht sind, aber natürlich für entsprechende finanzielle Anreize nach Mitteleuropa weiterreisen. Das ist eine Fehlentwicklung, die gestoppt werden müssen. Nur vertraue ich der türkischen Regierung im Gegensatz zu ihnen nicht, dass sie dies nach europäischen Standards tatsächlich... Und überall, Sie sehen es, sind nationale Lösungen gefunden worden, Zäune entstanden, Schlagbäume runtergegangen, bis hin zu Österreich, das auch gesagt hat, Stopp, wir wollen niemanden mehr aufnehmen. Mit dem Ergebnis, dass man, und das ist sicherlich nicht so beschlossen worden und ist eben deren eigener Weg... Könnte man sagen, die anderen haben inzwischen das Problem für sie gelöst? Nein, das kann man nicht sagen. Mit der EU ist es nicht viel anders. Wir merken, dass sie nicht funktioniert. Gerade jetzt merken wir, dass sie nicht funktioniert, denn jedes Land verteidigt seine nationalen Interessen. Was im Übrigen ganz natürlich ist, nur in Deutschland nicht mehr. Aber ich wundere mich jetzt, Frau Merkel, dass Sie ein so positives Bild der Europäischen Union in der Flüchtlingsfrage noch zeichnen. Da sind andere ja ganz anderer Meinung. Sie haben das auch mitbekommen, was Jean Asselborn, der luxemburgische Außenminister, die Woche gesagt hat, anlässlich oder bei dem Treffen der europäischen Innenminister. Er hat gesagt, wir haben keine Linie mehr. Wir steuern irgendwie in eine Anarchie hinein. Glauben Sie wirklich noch, dass diese anarchische EU, so beschreibt er Sie, bei Ihrem Plan einer gemeinsamen europäischen, von mir aus europäisch-türkischen Lösung mitmacht? Also ich schätze den Außenminister Luxemburgs wirklich sehr. Aber ich muss ganz einfach sagen, wir haben doch als Politiker eine Verantwortung. Ich kann irgendwas beschreiben, eine Situation, das ist schön. Das kann man machen, wenn man Soziologe ist oder vielleicht Journalist und so weiter. Wir als Politiker haben die Aufgabe, aus schwierigen Entwicklungen etwas Vernünftiges zu machen. Und das ist das, was mich treibt und was mich prägt. Und ich glaube, das wird auch die Verantwortung der 28 Staats- und Regierungschefs sein. Ich glaube, Asylbewerber ist verzweifelt, dass es nicht gelingt. Ja, klar. Ich bin manchmal auch verzweifelt. Dann sage ich einen Satz und dann sage ich, wie ich mir vorstelle, dass aus der Verzweiflung wieder etwas Vernünftiges wird. Dafür ist man Politiker. Und jetzt haben wir am 18. Februar zum ersten Mal, wie ich fand, eine Gemeinsamkeit aufgebaut, die wichtig ist. Wir haben über eine Million Asylbewerber aufgenommen. Wir haben derzeit noch Gesetze, die auch Familiennachzug ermöglichen, wenn wir das politisch auch für falsch halten. Grundsätzlich sind diejenigen, die aus ihren Ländern raus wollen, erst einmal bestrebt, heimatnah zu bleiben. Das ist grundsätzlich eine Frage, die die Türkei für sich beantworten muss. Und wenn wir als Europäische Union finanzielle Unterstützung leisten, dann ist diese Unterstützung doch primär dafür gedacht, dafür zu sorgen, dass die Situation nicht weiter eskaliert. Und eine Migration diesen Ausmaßes werden wir in Europa auf Dauer nicht handeln können. Denn das wissen auch inzwischen führende deutsche Politiker, wenn auch die Kanzlerin das noch nicht bemerkt hat. Und rund um Deutschland scheint es den allermeisten Regierungen inzwischen klar zu sein, dass wir Europa destabilisieren auf die Art und Weise. Und dann natürlich das dauerhaft gefährden, was letztlich überhaupt dazu führt, dass Flüchtlinge, dass Asylbewerber nach Europa kommen wollen. Nämlich um hier Freiheitsrechte zu genießen, die sie in den eigenen Ländern nicht vorfinden. Und deshalb bin ich jemand, der kann sich nicht permanent mit irgendwelchen anderen oder kurzfristigeren Lösungen befassen, weil er mal schon mal vorbaut, dass die eigentliche Lösung, die im Grunde jeder richtig findet, wahrscheinlich ja doch nicht klappt. So werden sie nie, glaube ich, Erfolge erzielen. Und deshalb stürze ich mich jetzt oder gebe ich meine ganze Kraft auf genau diesen Weg, den alle für vernünftig halten, nur an den viele noch nicht richtig glauben. Und an dem sind wir doch vorangekommen. Wir hatten als wirklich, wenn doch die Osteuropäer sagen, sie wollen gar keine Flüchtlinge, dann ist doch im Grundsatz, im Hauptprinzip der ganzen Überlegung keine Einigkeit da. Jetzt bleiben wir doch mal bei der Außengrenze. Und die 160.000, die wir leider noch nicht vertellt haben und wo es ewig langsam geht, da kann ich Sie vollkommen verstehen. Und dass gerade europäisch jetzt nicht funktioniert, weswegen ich darauf wenig Hoffnung habe, dass es kurzfristig eine europäische Lösung gibt, das sehen wir gerade am Verhalten der Bundeskanzlerin. Und der Verteilungsversuch von 160.000 Flüchtlingen in Europa ist fehlgeschlagen. Dass vor Ort und zwar zu wesentlich geringeren Kosten geholfen werden kann, als in Europa, ist auch klar. Und deswegen kann ich gerade nicht verstehen, warum unter anderem Sie gefordert haben, dass es in Deutschland bzw. in ganz Europa vergleichbare Standards bei der Flüchtlingsbetreuung, ich nehme an, nach deutschem Vorbild geben soll. Wenn gerade das deutsche Anreizsystem, gerade die Tatsache, dass in Deutschland vermehrt Geld als Sachleistung ausgezahlt wurde, erst zu einem Anstieg geführt haben. Das funktioniert nicht. Wir brauchen in der Tat eine Änderung der gesetzlichen Regelungen in Deutschland, die genau genommen an die angepasst werden müssen, die in anderen europäischen Ländern bestehen, die rein, wie Sie ja selbst gesagt haben, als Durchreisestaaten existieren. Und diese gemeinsame europäische Lösung wird von der Bundesregierung aktuell verhindert. Und deswegen ist Solidarität an der Stelle auch anzuerkennen, dass andere europäische Staaten eigene nationale Lösungen bevorzugen, die wir ihnen nicht aufzwingen können. Ich meine, Viktor Orban, nur damit man auch mal weiß, macht jetzt eine Volksabstimmung über die Frage, ob 1.294 Flüchtlinge nach Ungarn kommen können. Das wäre der Anteil an den 160.000 verabredeten. Das wäre der Anteil an den 160.000. Und da könnte er wahrscheinlich noch, weil er viele ukrainische Flüchtlinge hat, sogar noch was gegenrechnen. Und ich meine, das ist doch eine prinzipielle Frage. Und das kann ich nur ablehnen, so vorzugehen. Wir reden auch nicht davon, dass alle derjenigen, die in Deutschland im Asylverfahren Aufnahme finden wollen, Flüchtlinge sind. Das ist auch eine Diskussion, die wir bei jeder Talkshow haben, bei der ich immer noch eine Differenzierung der Medien vermisse. Es geht um Asylbewerbe und es geht in großer Menge um Wirtschaftsmigranten. Ich kann deren persönliche Motive verstehen, nach Europa kommen zu wollen. Allein, sie fallen nicht unter das Asylgesetz. Und es ist an der Zeit, das zu benennen und dafür zu sorgen, dass wir diejenigen schützen, die Schutz brauchen, nämlich die politisch Verfolgten. Schließen Sie aus, dass Deutschland am Schluss alleine dasteht und das einzige Land ist, das sich bereit findet, ein Kontingent aus der Türkei dann aufzunehmen? Wenn uns der Schutz der Außengrenzen gelingt und die Türkei dazu ihren Beitrag leistet, dann schließe ich aus, dass wir die Einzigen sind. Was, wenn das alles schief geht am nächsten Montag, wenn Sie sich nicht durchsetzen, anders als Sie im Moment noch vermitteln uns, wenn Sie sich nicht durchsetzen mit dieser gemeinsamen europäisch-türkischen Lösung. Ziehen Sie dann Konsequenzen für sich? Nein, dann muss ich ja weitermachen. Und wir halten es auch für sehr kritisch, dass der Türkei ein großes Maß an Vertrauen entgegengebracht wird, für 3 Milliarden oder 5 Milliarden Euro 10.000 Kilometer Grenze zu sichern, wenn zumal Verstrickungen zwischen ISIS und der türkischen Regierung bekannt sind. Wenn wir wissen, dass schmutziges Öl geschmuggelt wird, womit auch ISIS finanziert wird, das ist eine sehr unsaubere Rolle. Insofern ist es auch unserer Ansicht nach fatal, dass die Bundeswehr mit einem unsicheren Auftrag mit in Syrien einmarschiert oder in Syrien hilft, das wird uns an der Stelle nicht weiterbringen. Es wird weitere Flüchtlingsströme produzieren. Noch dazu wissen wir gar nicht, wer von diesen Menschen, die kommen, tatsächlich am Ende vom Bürgerkrieg selbst betroffen sind und ob es die Möglichkeit gäbe, sie heimatnah unterzubringen. Es ist auch eine Zeit, in der eine Partei rechts von der CDU megastark geworden ist, nämlich die AfD. Lasten Sie sich das an? Nein, das laste ich mir nicht an, aber das beschäftigt mich natürlich auch. Ich glaube, wir müssen hier einen ganz klaren Strich ziehen, zwischen dem, was demokratisch vertretbar ist und vielen sehr rechten Tendenzen bis hin zu Erwägungen von Schießbefehl. Und jeder, der zur Lösung, zur konstruktiven Lösung etwas beitragen möchte, den ermuntere ich, eine der demokratischen Parteien und als CDU-Vorsitzende natürlich im Zweifelsfalle CDU zu wählen. Sehen Sie sich eigentlich eher als Ventil, sozusagen als Bühne für verängstigte Menschen, die sagen, ich mache mir Sorgen um dieses Land und bin bereit, auch da weiterzugehen? Sehen Sie die AfD da als Ventil, als Bühne, als Entschärfer, als Kanalisierer solcher Meinung? Wir sehen uns vor allen Dingen als die Partei, die als allererste und bereits 2013 angesprochen hat, dass wir eine klare Trennung zwischen Asyl und Einwanderung brauchen zu einem Zeitpunkt, was jetzt gern vergessen wird, zu dem keine andere Partei dazu Offenstellung genommen hat. Und es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass diverse unserer politischen Forderungen, die Sie gerade mal eben so als 10-Punkte-Plan abgetan haben, von anderen Parteien, allen voran von CDU und CSU, aufgegriffen werden. Es gibt auch nationalistische Interessen, mindestens nationalistische Aktionen. Es gibt an einigen Stellen sehr wohl, das haben Sie jetzt noch nicht angesprochen, auch echte Radikalisierung. Und Sie haben, wie wir alle, vermutlich zuletzt das Szenen gesehen, die wir so nicht gekannt haben. Vielleicht auch nur, weil vorher keine Kamera dabei war, nämlich den Klausnick. Was haben Sie gedacht, als Sie die Bilder zum ersten Mal gesehen haben? Dass das abstoßend ist, dass das schrecklich ist. Ich muss allerdings sagen, dass wir ja auch im August schon Heidenau hatten. Das war auch nicht gerade... Da waren Sie, dass Sie beschimpft wurden als Volksverräterin. Klar, also das ist sozusagen in einer gewissen Kontinuität leider. Man kann Sorgen haben, man kann die Sorgen artikulieren, man kann auch friedlich demonstrieren gegen eine Politik, die Menschen nicht für richtig halten. Würden Sie mit denen reden? Ja, wenn Sie zuhören, selbstverständlich. Hier hat man nur manchmal den Eindruck, dass manch einer gar nicht mehr zuhören möchte. Wir haben eine absolut gestiegene Anzahl solcher Vorfälle. Das muss uns besorgen. Und wenn kriminelle Handlungen daraus resultieren, wie in diesem Fall ganz klar, dann muss Polizei und Justiz handeln. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Generell davon auszugehen, dass die deutsche Bevölkerung, die deutschen Bürger in irgendeiner Weise rechtsradikaler sind, als man ihnen vor Jahren vorgeworfen hat, dass die tatsächliche relative Anzahl solcher Gewalt steigt, das müssen wir bitte schön erst mal statistisch beurteilen. Denn wenn wir schauen, wie viele Anschläge es in 2014 gegeben hat, 155 und jetzt über 700 im Jahr 2015, dann ist jeder davon einer zu viel. Da stehe ich ganz klar dazu. Wenn wir Demonstrationen veranstalten, Veranstaltungen machen, dann machen wir jedes Mal ganz klar, dass es um eine politische Kritik geht. Dass es keine Kritik gegen die Menschen sind, die nach Deutschland kommen, auch wenn wir der Meinung sind, dass das Asylrecht in Deutschland aktuell nicht in dem Sinne gebraucht wird, wie es gedacht war. Aber wenn wir schauen, wie die Zahlen der Asylbewerber von 2014 nach 2015 gestiegen sind, dann ist dieser absolute Anstieg mit dem relativen Anstieg der flüchtigen Zahlen vergleichbar. Das muss uns nicht glücklich machen, aber was wir nach wie vor nicht tun, und da haben auch die Medien einen entscheidenden Anteil daran, wir werfen eben, wie gerade schon wieder, rechts und rechtsradikal und extrem in einen Topf. Und ich glaube, dass sehr wohl, Frau Jallali, viele Menschen in Deutschland nicht mehr äußern, was sie denken, weil eine Meinung zu haben, die abweichend vom Mainstream ist, sofort als radikale Meinung gebranntmarkt wird und der Unterschied zwischen radikal und extrem überhaupt nicht mehr existiert. Also ehrlich gesagt... Ich habe ja entscheidend, dass andere Meinungen anäußern. Ja, natürlich.